Musik Ich freue mich besonders, dass wir dieses Mal unser Event hier in Frankfurt veranstaltet haben. Wir haben letztes Jahr drei Events in Hamburg gehabt und Frankfurt ist eine wunderschöne Anlage und ich freue mich ganz doll, dass wir dieses Jahr auch unser erstes Blogger-Event in Frankfurt haben. Der ganze Tag war ein Highlight für mich. Es war so perfekt, die ganze Stimmung hier zu haben. Es war so super schönes Wetter. Ich habe heute Morgen einfach wieder gesehen, wie vielseitig Meridian ist. Neben dem ganzen Fitnessbereich, Spa-Bereich, haben wir heute den Entspannungsbereich erlebt. Die erste Yogastunde. Viel stöhnen, aber auch viel Spaß. Wir haben gelacht zwischendurch. Es gab sehr herausfordernde Momente, aber auch sehr ruhige Momente. Und zum Schluss waren alle sehr bei sich. Das habe ich zumindest gefühlt. Und insgesamt eine sehr schöne Erfahrung mit den Anfängern, dieses Special Wake Up. Und ich glaube, jetzt sind sie alle wach. Wir haben auch eine gute Unterstützung bekommen von verschiedenen Marken, die uns ein schönes Essen auch gestellt haben. Und die Leute nochmal darauf anzusprechen. Ja, also bewusst auch die Dinge zu genießen und auch zu sehen, was es alles Schönes gibt, was unserem Körper und Geist gut tut. Ich hatte einen wunderbaren Tag. Wir haben angefangen mit Wake Up Yoga. Es war sehr anstrengend. Es wird sich ja Muskelkater geben. Dann Yin Yoga, was ich noch gar nicht kannte, was dann eher so diese Entschleunigung war. Bis zum Schluss jetzt eine Meditation. Und das war einfach toll. Und das war einfach toll. Bis zum Schluss.